Und dann dachte ich mir, okay, warte mal ganz kurz, es geht hier um was ganz anderes. Hier steht versuchter Totschlag. Und da standen nur Leute, die ich sehr, sehr gut kenne. Das war ja unter anderem Arafat. Und das waren einfach alles Typen, die jahrelang Zeit mit mir verbracht haben, Alter. Seine Cousins, einer von denen wurde jetzt abgeschoben, Abdallah Aboujaka. Und das sind Cousins. Das will ich hier nochmal ganz kurz, ganz offen sagen, weil es ist manchen Leuten verboten, das zu sagen, ja, presserechtlich verboten. Es sind Cousins. Punkt. Ich weiß es. Und die haben sich einen Scherz und einen Spaß draus gemacht, Leuten wie dir gerichtlich untersagen zu lassen, dass sie Cousins sind. Sie sind es. Punkt. Und das ist nicht, wir heißen irgendwie alle Müller. Abdallah Aboujaka, der jetzt im Libanon sitzt, ist der Cousin von Arafat Aboujaka. Punkt. 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 Punkt.